Die erste Szene spielt in Theben. Es ist früh, vor Morgen Anbruch. Zwei Frauengestalten treffen sich vor dem Portal des Königspalastes in der Hauptstadt. Eine Zusammenkunft in aller Heimlichkeit. Die beiden Frauen sind die Töchter des Oedipus. Sie heißen Ismene und Antigone. Antigone ist die Ältere. Oedipus hatte mit der Frau, die bekanntlich auch seine Mutter war, vier Kinder. Die Töchter Ismene und Antigone und die Söhne Polyneikes und Äthiokles. Die beiden Brüder haben sich gerade im Kampf um den Thron von Theben gegenseitig erschlagen. Der eine als der Verteidiger der Stadt, der andere, Polyneikes, als deren Angreifer. In den Augen ihres Vaters, in den Augen von Oedipus, taugen übrigens beide nicht als politische Führer. Der neue König von Theben heißt Creon. Und auch er ist ein Verwandter. Er ist der Onkel der Kinder des Oedipus. Klassische griechische Tragödie hält den Stoff gerne eng in der Familie. Das Morden, die Katastrophen tragen sich auf allerengstem Raum zu. Das wurde zu einem erprobten Mittel, denn Enge erhöht den Druck. Auch außerhalb der Bühne. Einem Toten steht ein Begräbnis zu. Das ist gleichsam sein letztes Recht. Er hat Anspruch darauf, in Würde, ins Reich der Schatten, in den Hades einzudringen. Doch Polyneikos hatte Frevel begangen. Er hatte die Stadt angegriffen. Und so beschied der neue Herrscher, beschied also König Creon, dass die Leiche unbegraben, ungesalbt vor den Toren der Stadt eine Beute der Tiere werden sollen. Auf Zuwiderhandlung dieses Gebotes drohte Creon mit der schärfsten seiner Waffe, mit der Todesstrafe. Antigone hat nun zu entscheiden zwischen dem weltlichen Gesetz und den Geboten der Pietät, des Mitleids, auch, wie sie denkt, dem Willen der Götter. Sie trifft eine Entscheidung für das Mitleid und gegen den Gehorsam. Und genau aus diesem Spannungsgefüge bezieht ein klassisches Stück seine Dramatik, das den Namen der Hauptfigur und den ihres literarischen Schöpfers seit gut zweieinhalb Jahrtausenden unsterblich gemacht hat. Sie wissen es längst, meine Damen und Herren, wir reden von der Antigone des Sophocles und wir reden von dem Konflikt zwischen individueller Lebensführung und staatlichem Gebot. Antigone, sie hat ihre Entscheidung längst getroffen, unbeirgt von den Warnungen der Schwester von Ismene, scheinbar auch kaum beeindruckt von den Konsequenzen für ihr Handeln, die ihr nur allzu deutlich bewusst sind. Doch bevor wir die Handlung im Theater weiterverfolgen, lassen Sie uns kurz bei der Figur jenes Dichters verweilen, dessen Leben und dessen Karriere sozusagen in beide Lesarten des Konfliktes hineinreichen. Dieser um 496, 497 in Athen geborene Sophocles war nämlich, wie seine berühmten Kollegen Aeschelos und Eurypides auch, gleichzeitig Staatsmann und Dichter. Er war darüber hinaus aber auch noch eine Art Priester, ein heilender Schamane, wenn ich das einmal so salopp ausdrücken darf, ein Mensch somit, für den das Jenseits genauso real, genauso eine Lebenswirklichkeit war, wie das Diesseits. Es ging also, um hier kurz wieder auf das Stück Antigone zurückzukommen, es ging bei der Frage, wie der erschlagene Bruder der Antigone bestattet wird, nicht um Äußerlichkeiten, um das saubere Leichentuch, die Befolgung der Riten, sozusagen das Zeremoniell, das ja meistens in erster Linie ohnehin nur die Trauergemeinde trösten soll. Nein, dieser Sophocles wusste oder glaubte zu wissen, dass es das Überirdische gab, dass Musen tatsächlich in das Leben der Dichter eingreifen, dass, um es jetzt ganz schlecht zu sagen, das Engel heilen können. Dass Antigone im Recht war, als sie behauptete, die Götter stünden für Mitleid. Schließlich hatte er, hatte Sophocles, einen Gott der Heilkraft, in seinem Haus beherbergt. Taugt so einer, taugt, ich rede jetzt von Sophocles, taugt so einer auch zum Finanzchef des attischen Seebundes. Das war Sophocles nämlich auch. Und zwar just zu der Zeit, als er seine Antigone schrieb und im Wettstreit der Dichter starten ließ. Er war nicht nur erfolgreicher Finanzchef, er war ein enger Vertrauter von Perikles. Er war ein Sohn-Politikon, ein politisches Wesen. Ein Mann, der sich auf das Führen von Kriegen verstand. Und das seit seiner frühen Kindheit. Denn schon sein Vater war immerhin einer der, na, heute würden wir sagen, einer der führenden Rüstungslieferanten von Athen. Daher war Sophocles auch ein Mann, der wusste, was es heißt, Befehle zu erteilen und gehörsam zu erzwingen. Wie eben jener König Creon, der in unserem Theaterstück gerade erst den Thron besetzt, eine erste Regierungserklärung abgegeben hat. In der nun er auch als entscheidenden Punkt vortrug, Staatsfeinde haben kein Recht auf Begräbnis. Dieses ist ein Befehl. Zur Widerhandlung wird mit dem Tode geahnt. Sie kennen, meine Damen und Herren, das Wesen von Despoten. Sie wissen aber auch, und Sophocles hat es häufiger erlebt als die meisten von uns, dass dieser Despot gerade im Anfang einer Herrschaft zeigen muss, wer die Zügel in der Hand hält, wer Koch ist und wer Kellner. Sie kennen die Rollenverteilung. Wenn Sie so wollen, verehrte Zuhörer, zu sehr steckte ein Teil des mitfühlenden Sophocles daher sowohl in Antigone wie in ihrem Widersacher Creon. Und damit schnell zurück zum Stück. Antigone beerdigt, beerdigt in des Wortes ursprünglichem Sinne ihren Bruder Polyneikes. Sie bedeckt den Leichnam mit Erde, mit Staubwissen. In der Bibel heißt, sie tut das bedachter oder unbedachter Weise gleich zweimal. Einmal im Schutze der Nacht, das nächste Mal bei, wie es so schön heißt, helllichtem Tage, was den Vorgang sozusagen zu einer öffentlichen Demonstration macht. Hier können auch die Wachen nicht mehr beiseite schauen. In Theben spielt alles vor der Haustür, denn das Haus ist die Welt. König Creon, der Mann der schnellen Tat und des selbst verkündeten Gesetzes, lässt seine Nichte, die darüber hinaus aber auch noch die Verlobte seines Sohnes ist, eben alles eng in der Familie, lässt diese Nichte bei lebendigem Leibe in ein Verlies mauern. Es rührt ihn nicht, dass Antigone streng befragt, vorbringt, sie habe allein dem Willen der Götter gehorcht. Ein Argument, das auch der Chor auf der Bühne in beschwörendem, hochartifiziellem Sing-Sang die Meinung des Volkes wiedergebend vorträgt und emphatisch bestätigt. Auch der Verlobte an Tigones, auch König Creons Sohn Heimann, kann den Vater nicht gnädig stimmen oder nicht umstimmen. Das gelingt erst jener dem klassischen griechischen Theater beliebtesten und stets gefügigen Figur, dem blinden Seher Tiresias, der selbst kein Schicksal hat, doch das Schicksal seiner Mitspieler im Plan der Welt oder der Götter voraussagen kann. Der blinde Tiresias sagt König Creon voraus, nachdem er diesen kräftig vorher verflucht hat, sagt ihm voraus, dass seine Handlung mithin, die Ermordung von Antigone in diesem Verlies, dazu führen wird, dass ein Mitglied seiner Familie sterben wird. Tiresias hat mit dieser Prophezeiung höflich gesagt, untertrieben, Es werden gleich zwei, oder wenn man Antigone mitrechnet, gleich drei Angehörige des Königs sterben. Antigone, seine Nichte, die sich in ihrem Verlies erhängt hat, Creons Sohn Heimon, der Verlobte, der sich aus Verzweiflung über das Verhängnis mit seiner Verlobten in das eigene Schwert stürzt, und schließlich auch noch die Gattin des Königs, die unvergleichlich schöne Eurydike. Der grauenvolle Familienfluch, der über dem Geschlecht des Oedipus ruht, hat auch ihn, hat auch Creon nicht verfehlt. Ein tragischer, ein blutiger Ausgang. Und was sagt er uns über ein Stück, was sagt er uns über den ständigen Erfolg eines Stückes, das neben der Elektra zu den am häufigsten aufgeführten Dramen von Sophocles und der Weltliteratur zählt. Mit Sigmund Freud hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Deutung begonnen, die Antigone und ihren Vater Oedipus als die ersten wahrhaft modernen Menschen zu charakterisieren. Ob wir nun schuldlos schuldig oder schuldig schuldig handeln, wir werden zu Menschen erst im Nachdenken über die Natur unseres Schicksals. Wir müssen uns und unsere Absichten prüfen, wir müssen autonom werden. Zuvor, vor Freud und den zahllosen Bearbeitungen danach, wurden immer wieder die Einzelschicksale gegeneinander abgewogen. Der König, also Creon und die Staatsräson. Der König, der sich erst von den Worten eines blinden Sehers umstimmen lässt und zu spät, wie wir gesehen haben, und dazu auch noch aus, von heute betrachtet, doch eher privaten Motiven, nämlich dem Verlust eines Familienmitglieds. So ganz bruchlos lässt sich das nicht unter dem einfachen Titel Staatsräson subsumieren. Dagegen die Figur der Antigone. Sie ist bewundernswert in ihrer Strenge, ihrer kalten, auch logischen Konsequenz, in ihrem, wenn man so will, Beharren auf dem Recht über den Tod hinaus. Sie ist Sprachrohr der Götter und gleichzeitig Schwester. Und dass es sich in ihrer Argumentation nicht nur um formale, abgeleitete Rechthaberei handelt, das belegt der wunderbare Satz der Antigone mit Lieben, nicht mit Hassen, ist mein Teil. Dieser Satz ist mit aller dieser Aussage unmittelbar einwohnenden Gewalt zu einer jener Wahrheiten, zu einem Programm geworden, die der griechischen Klassik ihre Verbindlichkeit durch alle Wechselfälle der Geschichte des Abendlandes aufheben. Wen hat nun der Schöpfer der beiden Schwester mehr geliebt, Antigone oder Ismene? So vergesst war es schließlich, der den beiden Mitte des 5. vorchristlichen Jahrhunderts Gestalt und Sprache gab. Und meine sehr private Deutung, meine Damen und Herren, heißt, dass seine uneingestandene Sympathie der jüngeren Schwester, also Ismene, gehört jener Schwester, die erst vor der Tat abrät, später Antigone zu schützen versucht. In der landläufigen Deutung gilt Ismene als die blassere Figur, die Vertreterin des eher stümperhaft versuchten politischen Ausgleichs zwischen Schwester und König. Aber anders als die gespreizt moralische Antigone lässt Sophocles Ismene reden wie ein Menschen, dem man sich gerne anvertraute. So schafft der Magier Sophocles Momente höchster Intimität auf der Bühne. Auch an einem Theaterabend im Jahre 442 vor Christus, es haben sich mehr als 10.000 Zuschauer im Theater versammelt, die bereits wissen, es geht um die letzten Fragen. Es geht um ein Ja oder ein Nein, vorgeführt von zwei Schwestern, die sich im Morgengrauen vor dem Palast des Königs von Theben treffen und über die Pflicht reden, die sie ihrem Bruder schulden und über das Schicksal des weiteres Blutvergießen nach sich ziehen muss, wenn man es denn als Schicksal begreift. Familienfäden waren dem Sophocles übrigens, wenn Sie so wollen, vom eigenen Herd her sehr unglücklich vertraut. Sein Sohn aus erster Ehe, auch ein bekannter Dramatiker, Iofon, versuchte, den Vater im hohen Alter zu entmündigen wegen angeblicher Geistesschwäche. Sophocles antwortete in der Verhandlung mit langen, fehlerfreien Zitaten aus, naturgemäß aus dem Oedipus. Die Anklage wurde sofort fallen gelassen. Der Dichter starb sehr, sehr hoch betagt, so um die 90 Jahre alt war er und er konnte auf ein literarisches Opus zurückblicken, das mehr als 120 Werke zählte, mit denen er 20 Mal die höchsten Auszeichnungen im Wettbewerb der Dramatiker errungen hatte. Dionysos, der Gott des Theaters und auch der Trunkenheit, Dionysos war ihm günstig gewogen. Wie auch bei seinen Kollegen Eschelos und Euripides berichtet die Legende etwas Ungewöhnliches von seinem Tod. Sophocles soll mit einer Traube im Mund gestorben sein. Mit einem Lächeln. Dionysos, darf man das zutrauen? ραberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber Vielen Dank.